Fabian Kahl, bekannt aus der ZDF-Show Bares für Rares, spricht über seine Zukunft im Fernsehen und verrät, dass er sich eine Teilnahme bei Let's Dance vorstellen könnte. Fabian Kahl kann sich TV-Karriere ohne Bares für Rares nicht vorstellen. Bahnt sich da etwa der nächste TV-Hammer an? Fabian Kahl, 32, spricht im Exklusiv-Interview mit okmark.de offen über seine zukünftigen Karrierepläne, obwohl der Bares für Rares-Star im Frühjahr 2022 eine Ranger-Ausbildung in Afrika absolviert hat. Möchte er dem Show-Business noch lange nicht abschwören? Gänzlich Bares für Rares und dem Handel mit Antiquitäten den Rücken zu kehren, ist für mich nicht vorstellbar. Stellt er klar. Das bedeutet allerdings nicht, dass man den Händler nicht bald auch in anderen Fernsehshows zu sehen bekommt. Anfrage von Let's Dance abgelehnt. Doch es gibt noch Hoffnung. Statt Game- oder Reality-TV-Shows interessiert sich Fabian Kahl vor allem für weitere Bildungsformate. Ich würde gerne in einer Doku mit David Attenborough sein. Das wäre wunderbar, erklärt der ZDF-Star. Sir David Frederick Attenborough, 97, ist ein britischer Tierfilmer und Naturforscher, der durch seine preisgekrönten BBC-Naturdokumentationen bekannt ist. Auch die britischen Royals haben sich bereits als große Fans des Filmemachers geoutet. Doch wie sieht es mit deutschen Produktionen aus? Bleibt Fabian Kahl dem ZDF treu oder bekommen wir ihn womöglich auch bei einem Privatsender zu sehen? Ich hatte auch mal eine Anfrage für Let's Dance, was ich mir auch hätte vorstellen können, nur leider hatte es damals nicht geklappt, offenbart der Trödelhändler im Interview. Wann genau es zu diesem Angebot gekommen ist, verrät der 32-Jährige nicht. Gut möglich, dass seine Afrika-Reise im vergangenen Jahr diesem Plan im Weg gestanden hat. Aber wer weiß, vielleicht ist es Anfang 2024 endlich soweit und wir sehen Fabian Kahl über das RTL-Tanzparkett fegen.